Wenn Sie mir zustimmen, dass ein unbestreitbarer Zusammenhang zwischen Reichtum und dem Verlangen nach mehr besteht, je nach dem Motto, je mehr man hat, desto mehr strebt man nach, dann hinterlassen Sie bitte einen Kommentar unter diesem Video mit Ja. Und hier fragen wir uns, sollten Grenzen für diesen ungehinderten Zugang bestehen, besonders wenn der Bereich der plastischen Chirurgie zum Schlagfeld persönlicher Veränderungen wird? Trotz der langjährigen Geschichte und der allgemeinen Sicherheit der plastischen Chirurgie können Fehler in dieser Branche schwerwiegende Folgen haben. Heute nehmen wir Sie mit auf eine fesselnde Reise durch 20 prominente Katastrophen der Schönheitschirurgie. Bevor wir beginnen, möchte ich gerne wissen, wen Sie am meisten bedauern, wenn es um plastische Chirurgie geht. Haben Sie sich schon entschieden? Dann lassen Sie uns beginnen. Dieses Video wird sicherlich eine Vielzahl von Emotionen und Meinungen hervorrufen, daher bitten wir Sie, Ihre Ansichten mit uns zu teilen. Nummer 1. Hong Miyoko Ein Hang zum süchtigen Verhalten kann zu riskanten Entscheidungen führen, wie der Fall von Hong Miyoko zeigt. Sie entwickelte eine Sucht für plastische Chirurgie, die tragische Folgen hatte. Ursprünglich ein erfolgreiches Model und Sängerin begann Hongs Reise in die Schönheitschirurgie im Alter von 28 Jahren, angetrieben von dem Wunsch nach makelloser Haut. Für mehrere Eingriffe reiste sie sogar nach Japan. Im Laufe der Zeit trieb ihr unerbittlicher Drang nach Perfektion die Ärzte dazu, weitere Operationen abzulehnen. Als sie nach Korea zurückkehrte, war ihre Verwandlung so extrem, dass ihre eigenen Eltern sie nicht mehr erkannten. Obwohl sie zunächst psychiatrische Hilfe in Anspruch nahm, hörte sie auf, die Sitzungen zu besuchen und suchte einen Schönheitschirurgen, der bereit war, ihre Behandlung fortzusetzen. Schließlich fand sie einen Chirurgen, der ihr Silikoninjektionen und das nötige Material, eben Silikon und Spritzen, zur Selbstverabreichung zur Verfügung stellte. Als ihr das Material ausging, injizierte sie sich in ihrer Verzweiflung Speiseöl ins Gesicht, was zu starken Schwellungen, Narben und Entstellungen führte. Ihre Geschichte erregte das Mitgefühl der Öffentlichkeit, die ihr mit Spenden half, ihr Aussehen wiederherzustellen. Trotz zehn Operationen konnten jedoch nur ein Teil der Substanzen entfernt werden und ihr Gesicht wurde verkleinert. Die 60-jährige Hong arbeitet heute in einem Secondhand-Kleiderladen und ist auf staatliche Unterstützung angewiesen. Ihr sehnlichster Wunsch ist es, ihr ursprüngliches Gesicht wiederherzustellen, was ihr die vier Herren in Folgen ihrer Sucht nach plastischer Chirurgie vor Augen führt. Nummer 2 Mickey Rook Mickey Rooks Weg in die plastische Chirurgie unterscheidet sich von dem vieler anderer Prominente, die sich einer Gesichtsverjüngung unterziehen. Er entschied sich nicht für kosmetische Verbesserungen, um den Alterungsprozess zu bekämpfen, sondern aufgrund schwerer Gesichtsverletzungen, die er sich während seiner Boxkarriere zuzog. In den 90er Jahren wechselte Rook ein erfahrener Schauspieler zum Profiboxen, einer Sportart, die ihn schon als Teenager begeisterte. Als Amateurboxer war er erfolgreich und konnte in den 60er und 70er Jahren eine beeindruckende Bilanz von 12 K.O.-Siegen in Folge vorweisen. Die Entscheidung, Profiboxer zu werden, zahlte sich aus, da er in 8 Kämpfen ungeschlagen blieb und 6 Siege mit 4 K.O.-Siegen und 2 Unentschieden errang. Der Tribut für sein Gesicht war jedoch beträchtlich. Rook erlitt zwei gebrochene Nasen, eine gespaltene Zunge, einen zusammengedrückten Wangenknochen und sogar einen kurzfristigen Gedächtnisverlust. Der Mann, den wir einst auf unseren Fernsehbildschirmen erkannten, unterzog sich mehreren rekonstruktiven Operationen, um seine Gesichtszüge wiederherzustellen. Nur leider war er mit dem Ergebnis unzufrieden, was zu einer Reihe von Folgeoperationen führte. Infolgedessen ist Mickey Rook nun praktisch, nicht mehr wiederzuerkennen. Um den Schaden, den er erlitten hat, zu beheben, unterzog sich Rook fünf Nasenoperationen und einem Eingriff zur Reparatur seines beschädigten Jochbeins. Die meisten dieser Operationen zielten darauf ab, die Verletzungen zu beheben, die er während seiner Boxkarriere erlitten hatte. Rook gab jedoch freimütig zu, dass er den Chirurgen, der für die Wiederherstellung seines Gesichts verantwortlich war, unglücklich gewählt hat. Nummer 3. Anastasia Pokryschuk Anastasia Pokryschuk, ursprünglich aus Kiew in der Ukraine, begab sich auf eine Reise mit mehreren kosmetischen Eingriffen, darunter Botox, Veneas, Kinn- und Kieferformung und Fettabsaugung. Auch wenn diese Eingriffe in der Welt der Kosmetik eher routinemäßig erscheinen, ist das erstaunend groß, wenn man die fertigen Ergebnisse ihrer Verwandlung sieht. Anastasia begann ihren Ausflug in die Schönheitspflege im Alter von 26 Jahren. Eine Entscheidung, die sie auf einen unkonventionellen Weg brachte. Das Besondere an ihrer Geschichte ist die Tatsache, dass sie die Injektion von Fillern selbst in die Hand genommen hat, wobei sie sich häufig auf Online-Tutorials stützte, die sie durch den Prozess führten. Sie behauptet kühn, dass sie sich an strenge Sterilisationsverfahren für ihre Ausrüstung hält und die Substanz wie ein Mediziner verabreicht, der sich um einen Patienten kümmert. Sie ist fest von ihren Fähigkeiten überzeugt. Als Folge ihres unermüdlichen Strebens nach kosmetischer Perfektion durch Fillerinjektionen hat Anastasia übermäßig ausgeprägte Wangen bekommen. Ein Merkmal, das sie unbedingt beibehalten will. Sie versuchte sogar, sich den Titel der markantesten Wangen der Welt zu sichern. In einem Interview aus dem Jahre 2020 erklärte sie, dass sie trotz der Warnungen besorgter Mediziner, die ihre Verzweiflung über ihre Entscheidung zum Ausdruck brachten, an der Selbstanwendung von Fillern festhielt. Nummer 4. Regina Rinsing Regina Rinsing ist eine vielseitige amerikanische Persönlichkeit, die für ihre Rolle als Schauspielerin, LGBT-Befürworterin, Autorin, Sängerin und Reality-TV-Sprecherin bekannt ist. Bekannt wurde sie aber vor allem durch ihren Auftritt in der Entertainment-Show Botched, in der sie mit den Folgen von zementähnlichen Substanzen kämpfte, die ihr ins Gesicht, die Brüste und die Hüften injiziert worden waren. Diese Komplikationen entstanden durch eine bedauerliche Begegnung mit einem nicht-lizenzierten Arzt, der ihre Füllstoffinjektionen falsch handhabte. Nach einem zweiten Auftritt in der Sendung konnte ein Großteil des problematischen Materials erfolgreich entfernt werden. Die Herkunft von Regina Rinsing ist vielfältig. Sie gehört der ethnischen Gruppe der Dollar an, ihr Vater ist indotrinidatischer Abstammung, ihre Mutter hat französische, afrotrinidatische und polenische Wurzeln. In den späten 90er Jahren bekannte sie sich zu ihrer Identität als Transgenderfrau und begab sich auf dem Weg der Transition eine tiefgreifende persönliche Offenbarung, die ihre Identität in keiner Weise schmälert. Im Jahre 2005 ließ sich Nareen Singh von O'Neill Ron Morris bekannt als die Herzogin Phila injizieren, um ihre Gesichtszüge, Brüste und Hüften zu verweiblichen. Die Duches, eine prominente Persönlichkeit in der Transgendergemeinschaft von Miami, war dafür berüchtigt, kostengünstige Alternativen zur professionellen Schönheitschirurgie anzubieten. Die verwendeten Füllstoffe stellten sich jedoch als gefährliche Mischung aus Beton, Reifendichtmittel, Mineralöl und Klebstoff heraus, weit entfernt von dem Silikon, das Nareen Singh erwartete. Es dauerte mehrere Monate, bis sie die wahre Natur dieser Injektionen erkannte, da ihr Körper negativ reagierte, was zu Schwellungen und der Bildung von Knötchen an den Injektionsstellen führte. In den darauf folgenden Jahren hatte Regina Nareen Singh mit einem tiefgreifenden persönlichen Problem zu kämpfen. Sie schämte sich so sehr für ihr Aussehen, dass sie sich isolierte, ihr Haus nur noch selten verließ und es vermied sich wegen der durch die unkontrollierten Injektionen und verursachten Komplikationen behandeln zu lassen. Ihr Weg unterstreicht die Bedeutung informierter und sicherer kosmetischer Eingriffe und zeigt, wie widerstandsfähig der menschliche Geist ist, wenn er mit Widrigkeiten konfrontiert wird. Nummer 5 Simon Cowell Die beliebte englische TV-Persönlichkeit und Plattenproduzent ist bekannt für seine rollenden weltweit verbreiteten Shows wie The X Factor und Got Talent. Seine dramatische Veränderung in den letzten Jahren hat zu weit verbreiteten Spekulationen darüber geführt, ob er sich einer Schönheitsoperation unterzogen hat. Im Jahre 2023 gab Simon Cowell offen zu, dass er sich tatsächlich einer Schönheitsoperation unterzogen hat. Er gestand, dass er auf der Suche nach einem jugendlichen Aussehen bis zum Äußersten gegangen war, sodass er schließlich nicht mehr wiederzuerkennen war und wie eine Figur aus einem Horrorfilm aussah. Diese Verwandlung überraschte nicht nur die Öffentlichkeit, sondern betraf auch seinen kleinen Sohn Eric, der berichten zufolge sehr verzweifelt über die Veränderungen im Aussehen seines Vaters war. Als Reaktion darauf unternahm Simon Schritte, um die Situation zu bereinigen. Er ließ einige der Füllstoffe aus seinen Eingriffen entfernen und wählte einen subtileren Ansatz, indem er sich auf Gesichtsbehandlungen statt auf extravagante Veränderungen konzentrierte. Außerdem betonte Simon Cowell die Bedeutung einer gesünderen Lebensweise. Er achtet jetzt auf eine ausgewogene Ernährung, trinkt viel Wasser und setzt sich dafür ein, nicht nur gut auszusehen, sondern sich auch wohlzufühlen und Entscheidungen zu treffen, die zu einem nachhaltigeren und ganzheitlicheren Ansatz für sein Wohlbefinden beitragen. Nummer 6. Neven Ziganovic Neven Ziganovic, ein 45-jähriger kroatischer Star-Stylist und Reality-TV-Persönlichkeit, ist bekannt für seine Beiträge im kroatischen Reality-Fernsehen und für seine zahlreichen Schönheitsoperationen. Vor kurzem enthüllte er eine ungewöhnliche Nebenwirkung seiner letzten Operation, nämlich eine anhaltende Erektion. Ziganovic entschied sich aus Kostengründen für seine dritte Nasenoperation in einer iranischen Klinik, musste aber abrupt nach Belgrad zurückkehren. Bei dieser Dauererektion handelt es sich um eine seltene Erkrankung namens Priapismus, die durch eine allergische Reaktion auf das Narkosemittel verursacht wird. Es handelt sich um eine Störung, die sofort behandelt werden muss, wie die französische Vereinigung für Virologie betont. Die richtige Behandlung ist von entscheidender Bedeutung, um Komplikationen und irreversible Erektile-Dysfunktionen zu vermeiden. Trotz dieser unerwarteten Komplikationen blieb Neven Ziganovic seiner Leidenschaft für chirurgische Verbesserungen treu und äußerte den Wunsch nach nur einem weiteren Eingriff, um sein gewünschtes Aussehen und weltweite Anerkennung zu erreichen. Nummer 7 Cardi B Cardi B, die amerikanische Rapperin, die für ihre Musik, die sowohl bei einem jungen als auch bei einem älteren Publikum Anklang findet, bekannt ist, ist genauso offen wie ihre Songtexte. Was sie von anderen unterscheidet, ist ihre Bereitschaft, offen über ihre Erfahrungen mit Schönheitsoperationen zu sprechen, einschließlich der Fehler, die sie auf ihrem Weg gemacht hat. Während einer Instagram-Live-Session verriet Cardi B, dass sie sich kürzlich einer Operation unterzogen hat, um ihre Po-Implantate zu entfernen. Im August habe ich mich operieren lassen, weil viele Leute dachten, dass ich mir nach der Geburt meinen Körper machen lasse. Diese Implantate, die hauptsächlich aus 95% Biopolymeren bestanden, stellten sich als äußerst problematisch heraus. Sie beschrieb den Prozess als ziemlich schwierig und warnte ihre Anhänger eindringlich. Unter keinen Umständen sollten sie sich für dieses Verfahren entscheiden. Cardi B erzählte, dass sie sich während ihrer Zeit als Stripperin zu den Implantaten gedrängt gefühlt hatte und nur 800 Dollar bezahlte, um sie von jemandem in einem Keller machen zu lassen. Dieses Verfahren ist gefährlich, weil sich der Füllstoff im ganzen Körper ausbreiten kann und die Person, die Cardi Bs Verfahren durchführte, wurden Berichten zufolge mit einem tragischen Vorfall in Verbindung gebracht, bei dem eine Frau aufgrund der verabreichten Injektionen verstarb. Es ist wichtig anzumerken, dass Cardi Bs Abneigung gegen Biopolymere nicht bedeutet, dass sie gegen plastische Chirurgie im Allgemeinen ist. Sie hat offen zugegeben, dass sie eine Nasenoperation hatte und erklärte, dass sie die Nase ihres Vaters nicht mochte und sie deshalb ändern ließ. Cardi B ist der festen Überzeugung, dass es absolut akzeptabel ist, Änderungen vorzunehmen, wenn man mit einem Aspekt seiner selbst unzufrieden ist. Aber es ist wichtig, dies auf eine sichere Weise zu tun. Katie Price, die englische Medienpersönlichkeit und das Model, ist eine erfrischende Ausnahme in der Welt der Prominenten, wenn es darum geht, über Schönheitsoperationen zu sprechen. Sie bekennt sich offen zu ihren zahlreichen kosmetischen Eingriffen und zögert nicht, über ihre umfassenden Veränderungen zu sprechen, die sich im Laufe der Jahre summiert haben. Während ihrer gesamten Modelkarriere behielt Katie ein natürliches Aussehen bei. Erst im Alter von 30 Jahren beschloss sie, etwas zu verändern. Und jetzt, im Alter von 45 Jahren, tut sie ganz ungeniert, was ihr gefällt. Ihre Reise begann 1999, als sie ihren Busen deutlich vergrößerte, von 32B auf 32DD und die Form ihrer Nase verfeinerte. Im Jahre 2006 war sie auf dem besten Weg, ganz plastisch zu werden und im Jahre 2011 war sie stolz darauf, es zu sein. Katies Veränderungen wurden im Laufe der Zeit immer dramatischer. Im Jahre 2016 entschied sie sich für vollere Lippen und ein glatteres, strahlenderes Gesicht. Nur zwei Jahre später war ihr Auftritt bei den National Television Awards so auffallend anders, dass sie fast nicht mehr wiederzuerkennen war. Das Ausmaß ihrer Operationen wurde immer größer, einschließlich einer jährlichen Brustvergrößerung ab 2019 und man schätzt, dass jedes ihrer Brustimplantate etwa 4,4 Pfund wiegt. Dies hat bei plastischen Chirurgen Besorgnis über ihren allgemeinen Gesundheitszustand ausgelöst. Ein Arzt, Dr. Scofalex, äußerte sich besorgt über die Häufigkeit und das Ausmaß von Katies Operationen und betonte, dass dies ein potenzieller Grund zur Sorge sein könnte. So selbstverständlich, wie ich darüber spreche, ist das nicht, sagte er auf Nachfrage. Über das Ausmaß der kosmetischen Eingriffe von Donatella Versace können wir nur spekulieren, solange sie sich nicht persönlich dazu äußert. Doch zu behaupten, dass sie keine Veränderungen vorgenommen hätte, wäre nicht korrekt. Die italienische Modedesignerin und Schwester von Gianni Versace präsentiert sich mit einem auffallend glatten und faltenfreien Gesicht, besonders bemerkenswert für eine Frau in ihren späten 60ern. Es gibt deutliche Anzeichen, die auf mögliche kosmetische Anpassungen hinweisen. Ihre Nase wirkt schlanker und spitzer, die oberen Augenlider erscheinen weniger schlaff, die Wangen wirken voller und auch die Lippen haben eine andere Form, möglicherweise aufgrund von Wangenimplantaten und Lippenvergrößerungen. Im Jahre 2014 wurde Donatella mit einem außergewöhnlich glänzenden Aussehen fotografiert, das Mark Norfolk, klinischer Leiter der Schönheitschirurgie, auf eine intensive Botox-Anwendung zurückführt. Norfolk erklärt, dass Botox zu einer gestraften, glänzenden und faltenfreien Stirn führen kann, was mit Donatellas Erscheinung übereinstimmt. Er merkt an, dass es für eine Frau ihres Alters ungewöhnlich ist, keine Stirnfalten zu haben und dass ihre Augen etwas halb geschlossen wirken, was ebenfalls auf mögliche Botox-Anwendungen hindeutet. Angesichts dieser Beobachtungen liegt die Vermutung nahe, dass Donatella Botox oder andere kosmetische Behandlungen verwendet haben könnte, um ihr jugendliches Aussehen zu bewahren. Jackie Stallone, 91 Jahre alt, sprach offen über ihre Bedenken bezüglich kosmetischer Chirurgie. Sie erzählte, dass verschiedene erfolglose Eingriffe sie wie ein Streifenhörnchen mit einem Mund voller Walnüsse aussehen ließen. In einem intimen Interview sprach sie auch über ihre jüngste Gesundheitsprobleme, nämlich einen Herzinfarkt. Sie erwähnte ebenfalls das schwierige Jahr, das sie mit dem tragischen Tod ihrer Tochter Toni und ihres Enkels Sage hatte, die beide in ihrem Haus verstorben sind. Trotz der Herausforderungen pflegt Jackie, die in einer luxuriösen Eigentumswohnung in Santa Monica in der Nähe des Ozeans lebt, einen aktiven Lebensstil. Sie nimmt dreimal pro Woche Stepptanzunterricht, hat einen Personal Trainer für zwei wöchentliche Sitzungen und widmet täglich zwei Stunden dem Klavierspiel. Jackie veranstaltet keine extravaganten Hollywood-Partys, doch sie glaubt daran, ein Vorbild für ältere Menschen zu sein. Sie sagt, als ich 50 wurde, wurde ich zum Vorbild für Filmstars, denn alt werden und gedeihen ist ihre größte Angst. Aber je älter ich werde, desto beliebter werde ich. Die dramatische Veränderung von Michael Jackson steht zweifellos im Zusammenhang mit plastischer Chirurgie. Ein Vergleich von Fotos aus seiner Jugend mit den letzten Bildern vor seinem Tod im Jahre 2009 zeigt eine tiefgreifende Veränderung seines Aussehens. Laut Berichten unter anderem der Daily Mail unterzog sich Michael Jackson einer beträchtlichen Anzahl von Eingriffen. Einige davon dienten dazu, frühere Operationen zu korrigieren, die schiefgegangen waren. Seine Reise begann mit dem Wunsch, seine Nase zu verfeinern. Es wird gesagt, dass er so besorgt über seine erste Nasenkorrektur war, dass er seine Schwester Latoya bat, sich dem Eingriff zu Testzwecken zu unterziehen. Nachdem er mit dem Ergebnis zufrieden war, unterzog er sich 1979 selbst einer Operation, die den Beginn seiner transformativen Reise markierte. Dr. Ida Gorbis, eine Expertin für Körperdysmorphe Störungen, vermutet, dass Michael Jackson sich bis zu 100 Operationen unterzogen haben könnte. Einige dieser Eingriffe veränderten seine Gesichtszüge so stark, dass seine ethnische Zugehörigkeit nur noch schwer zu erkennen waren. Obwohl die genaue Anzahl und Art dieser Operationen ungewiss bleibt, enthüllte Dr. Wallace Goodstein, der in den 90er Jahren mit Michaels Chirurgen zusammenarbeitete, dass sie mehrere Nasenkorrektionen, Wangenimplantate, Augenlid-Operationen und das Einfügen einer Spalte in seinem Kinn umfassten. Dr. Goodstein gab an, dass Michael alle zwei Monate mehrere Operationen durchführen ließ, manchmal sogar bis zu einem Dutzend Eingriffe pro Besuch. Jessica Alves ist eine brasilianische, britische Fernsehpersönlichkeit, die sich zahlreichen Schönheitsoperationen unterzogen hat, um ihr Aussehen zu verändern. Sie wurde am 30. Juli 1983 in Sao Paulo in Brasilien als Tochter einer brasilianischen Mutter und eines britischen Vaters, Roosevelt Alves, geboren. Die Familie ihres Vaters wanderte in den 40er Jahren aus Europa nach Brasilien aus und war zunächst in Landwirtschaft tätig, bevor sie in Supermärkte, Einkaufszentren und Immobiliengeschäfte wechselte. Jessica erinnert sich gerne daran, wie ihr Großvater ihr in ihrer Kindheit Barbie-Puppen kaufte. Obwohl sie als Mann geboren wurde, hat sich Jessica immer als weiblich gefühlt und ihre Geschlechtsidentität durch das Spielen mit Puppen und Crossdressing von klein auf zum Ausdruck gebracht, angefangen im Alter von 3, 4, 5 und 6 Jahren. Sie ist der festen Überzeugung, dass das Geschlecht nicht als Mittel zur Kategorisierung von Personen verwendet werden sollte. In der Pubertät erlebte Jessica ein Hormonungleichgewicht mit einem Östrogenüberschuss, der zur Entwicklung von Brustgewebe führte. Außerdem wurde sie aufgrund ihrer besonderen Merkmale gemobbt. Im Laufe der Jahre unterzog sich Jessica Alves einer beträchtlichen Anzahl von Operationen, darunter auch Nasenoperationen, die zum Verlust ihres Geruchssinns führten. Ihre Verwandlung umfasste mehr als 103 kosmetische Operationen, die etwas mehr als 500.000 Pfund kosteten, davon 51 plastische Operationen. Linda Evangelister, das berühmte kanadische Fotomodel mit mehr als 700 Titelbildern, musste vor kurzem die unerwarteten Folgen eines kosmetischen Eingriffs hinnehmen. Obwohl sie nach wie vor wunderschön ist, hat sich ihr Aussehen aufgrund einer, wie sie sagt, brutal entstellenden Erfahrung mit einer kosmetischen Behandlung deutlich verändert. Linda wurde von der CoolSculpting-Werbung angelockt, die eine Fettreduktion ohne Operationen und ohne Ausfallzeiten versprach. Die Verlockung, hartnäckige Stellen gezielt zu behandeln, veranlasste sie, das Verfahren auszuprobieren. In ihren eigenen Worten gab sie zu, ein wenig eitel zu sein. Leider verlief Lindas Begegnung mit CoolSculpting nicht wie erwartet. Dieses von der FDA zugelassene Verfahren, das sich bei vielen als wirksam erwiesen hat, brachte nicht die gewünschten Ergebnisse. Linda unterzog sich von 2015 bis 2016 sieben CoolSculpting-Sitzungen und nach drei Monaten bemerkte sie Bollen in ihrem BH-Bereich, am Kinn und an den Oberschenkeln. Anstatt abzunehmen, wuchsen diese Bereiche, verhärteten sich und wurden taub. Nachdem sie einen Arzt aufgesucht hatte, wurde bei Linda eine paradoxe adipöse Hyperlapsie diagnostiziert. Eine seltene Erkrankung, die weniger als 1% der CoolSculpting-Patienten betrifft. Diese Diagnose bedeutete, dass Diät und Sport das Problem nicht beheben würden. Als Reaktion auf ihre Tortur reichte Linda eine Klage gegen die Muttergesellschaft Celtic Aesthetics Inc. ein und forderte 50 Millionen Dollar Schadenersatz. Sharon Osbourne, die dafür bekannt ist, dass sie offen über kosmetische Eingriffe spricht, hat sich im Laufe der Jahre zahlreichen Verschönerungsmaßnahmen unterzogen, hat sich aber nun entschieden, diese Reise zu beenden. Ihre Entscheidung wurde durch ihre letzte Erfahrung beeinflusst, ein Facelifting im Jahre 2021 in ihren 70ern, dass sie, wie sie sagt, wie ein Zykloben aussehen ließ. Die Qualen dieses Eingriffs veranlassten sie, weitere Operationen zu überdenken. Sharon räumt ein, dass die Zeit nicht auf ihrer Seite ist und sie kein weiteres Facelifting nach ihrem Letzten riskieren kann. Ihre letzte Operation war eine umfangreiche 5,5-stündige Tortur und sie fühlte sich danach furchtbar. Sie erzählte ihrem Chirurgen sogar von ihren Bedenken, dass ein Auge anders aussieht als das andere. Es scheint, dass Sharon mit weiteren Schönheitsoperationen aufhört, obwohl sie sich bereits einer großen Anzahl von Eingriffen unterzogen hat. In ihrer 2013 erschienenen Autobiografie Unbreakable erzählte sie freimütig, dass sie Anpassungen, Verjüngungen, Peelings, Laserbehandlungen, Verblendungen, Verschönerungen oder Entfernungen vorgenommen hat, wann immer sie das Bedürfnis danach verspürte. Priscilla Presley, berühmt für ihre Beziehung zu Elvis Presley und ihre erfolgreichen geschäftlichen Unternehmungen, war immer wieder Gegenstand von Spekulationen über mögliche Schönheitsoperationen. Die Einzelheiten dieser Eingriffe bleiben jedoch unklar, da Priscilla sie weder bestätigt noch dementiert hat. Verschiedene Ärzte, die sich ihre Fotos angesehen, sie aber nicht behandelt haben, haben sich dazu geäußert. Dr. Dave E. David stellte fest, dass ihr Gesicht aufgrund von übermäßiger Wangenauffüllung übertrieben wirkt, was ihre Fähigkeit, die Augen zu öffnen, beeinträchtigt hat. Dr. Anthony Young wies auf Anzeichen für ein Facelifting hin und andere Experten vermuten, dass möglicherweise Hauterneuerungsbehandlungen irreversible Schäden verursacht haben. Außerdem gibt es Spekulationen, dass Priscilla möglicherweise einem nicht zugelassenen Schönheitschirurgen Dr. Daniel Serrano zum Opfer gefallen ist. Er führte Behandlungen auf Hollywood-Cocktailpartys durch und behauptete fälschlicherweise, seine Injektionen seien besser als Botox. Diese Injektionen enthielten jedoch Silikon in Industriequalität, das normalerweise zum Schmieren von Autoteilen verwendet wird, was dementsprechend zu schweren Gesundheitsrisiken führt. Nun, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, erfreuen Sie sich an der einzigartigen Jocelyn Alice Willenstein, die wegen ihres bemerkenswerten, von Katzen-inspirierten Aussehens auch liebevoll Catwoman genannt wird. Und nein, sie sehen keine Fata Morgana. Sie ist in ihren 80ern und sieht ganz anders aus als wie Sterblichen. Machen Sie sich jetzt auf diese Enthüllung gefasst. Die Dame selbst besteht darauf, dass ihr einzigartiges Aussehen nicht das Ergebnis unzähliger Schönheitsoperationen ist, sondern ein Geschenk ihrer Schweizer Herkunft. Schweizer Käse, Schweizer Uhren und jetzt auch noch Schweizer Schönheitsgeheimnisse. Wir lernen heute einfach so viel. Aber jetzt wird's pikant. Jocelyn hat vielleicht zugegeben, dass sie sich einer klitzekleinen Multi-Millionen-Dollar-Operation unterzogen hat, nur um ihren Augen diese faszinierende katzenhafte Ausstrahlung zu verleihen. Und gerade als sie dachten, sie hätten schon alles gehört, wird die Sache noch komplizierter. Sie hat dieses klitzekleine Problem, bei dem ein Gerichtsurteil ihr verbietet, ihr Alimente für weitere kosmetische Eingriffe zu verpassen. Das ist so, als würde man sagen, tut mir leid, kein Beauty-Buffet mehr für dich. Obwohl sie darauf besteht, dass ihre Haut von Natur aus so glatt wie Schweizer Schokolade ist, werden die Leute da draußen das Gefühl nicht los, dass mehr hinter der Geschichte steckt. Sie fragen sich, hat sie es getan oder nicht getan? Also, es ist Zeit für eine Debatte. Was denken Sie? Ist das alles Schweizer Genetik oder steckt mehr dahinter, als man denkt? Gerne Ihre Meinung in den Kommentaren unten. Heidi Montag, bekannt durch ihre Rolle in Laguna Beach, hat eine wertvolle Lektion gelernt. Nur weil etwas kostenlos ist, muss es nicht unbedingt die richtige Wahl sein. Sie begab sich auf eine ausgedehnte Reise der plastischen Chirurgie, die sie heute bereut. Ihre Verwandlung begann, als sie ein Angebot für kostenlose kosmetische Verbesserungen erhielt, das Behandlungen im Wert von Tausenden von Dollar ohne jegliche Kosten versprach. Die tatsächliche Erfahrung war jedoch weit von dem entfernt, was sie erwartet hatte. Heidi unterzog sich einer anstrengenden 16-stündigen Operation, die insgesamt 10 Eingriffe an einem einzigen Tag umfasste. Erschwerend kam hinzu, dass ihr eine übermäßige Menge an Opiodenschmerzmitteln verabreicht wurde, die sie an den Rand ihrer Kräfte brachten. Dadurch fühlte sie sich während ihrer langen Genesungszeit zerbrechlich und gebrechlich. Im jungen Alter von 23 Jahren hatte sie sich bereits mehreren Eingriffen unterzogen, darunter ein Stirnlifting, eine Kinnverkleinerung und Botox-Injektionen. Heidi ist zu der Erkenntnis gelangt, dass sie diese Eingriffe nie wirklich gebraucht hat. Sie rät allen, die aufgrund von Unsicherheiten über ihr Aussehen eine Schönheitsoperation in Erwägung ziehen, sich mit Fachleuten und Angehörigen zu beraten, um die Ursachen für ihre Gefühle zu verstehen. Heidi ist zwar nicht gegen plastische Chirurgie, aber sie möchte die weniger glamourösen Aspekte der Körperveränderung hervorheben. Sie betont, dass die Menschen in der Regel die Vorher-Nachher-Fotos sehen, ohne die Herausforderungen und Schwierigkeiten zu sehen, die während des Heilungsprozesses auftreten können. Joan Van Ark, eine gefeierte Schauspielerin, hat es vorgezogen, ihre Erfahrungen mit Schönheitsoperationen in Interviews für sich zu behalten. Eine visuelle Analyse ihrer Fotos aus früheren Jahren im Vergleich zu denen aus jüngerer Zeit lässt jedoch unzweifelhaft darauf schließen, dass sie sich kosmetischen Eingriffen unterzogen hat. Möglicherweise sogar mehrfach. Auf älteren Fotos hatte Joanne ein natürlicheres Aussehen, während ihre Haut auf neueren Bildern deutlich straffer wirkt. Einige Experten spekulieren, dass sie sich verschiedenen Behandlungen unterzogen haben könnte, darunter Facelifts, Kollageninjektionen, Wangenimplantate, Botox und möglicherweise ein Braunlifting. Trotz ihrer Prominenz in Fernsehshows und Filmen sind es ihre möglichen chirurgischen Verbesserungen, die die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Ein Beobachter, der Joanne im Jahre 2020 sah, bemerkte, dass ihr Gesicht unnatürlich wirkte, fast so, als würde es schmelzen. Der plastische Chirurg Dr. Anthony Young schlug vor, dass ihre signifikante Verwandlung auf eine umfangreiche plastische Operation zurückzuführen sein konnte, einschließlich eines oder zweier Facelifts, die zu einem übermäßig gestraften Hals und Kiefer führen könnten. Dr. Young beobachtete auch ihre faltenfreie und glatte Stirn, die möglicherweise durch Botox und ein Stirnlifting erreicht wurde. Ohne Jones' Angaben können wir zwar keinen chirurgischen Eingriff definitiv bestätigen, aber die zahlreichen Spekulationen legen nahe, dass an diesen Behauptungen etwas dran sein könnte. Wie das Sprichwort schon sagt, wo Rauch ist, ist auch Feuer. Carol Topp, der eigentlich Scott Thompson heißt, ist ein bekannter Schauspieler und Stand-up-Comedian, der für seine lebhafte Persönlichkeit und seine außergewöhnlichen Stand-up-Auftritte bekannt ist. Er hatte bemerkenswerte Auftritte in der Tonight Show mit Jay Leno und diente als Ansage für Cartoon Network. Trotz seiner komödiantischen Leistungen hat Carol Topp sich veränderndes Aussehen Spekulationen über mögliche Schönheitsoperationen ausgelöst. Als er auf die 50 zuging, durchlief sein Aussehen Phasen, in denen er schlank, muskulös und wieder schlank war, was zu der Frage führte, ob dies auf einen bestimmten Lebensstil oder auf kosmetische Eingriffe zurückzuführen war. Als Antwort auf die Gerüchte über Schönheitsoperationen weiß Carol Topp jede Beteiligung an solchen Eingriffen nachdrücklich zurück. Er führt sein durchtrainiertes Gesicht und seinen markanten Kiefer auf eine veränderte Lebensweise zurück und betont, dass sein engagiertes Trainingsprogramm die treibende Kraft hinter seiner körperlichen Veränderung ist. Er scherzt, dass er nach einer Schönheitsoperation wahrscheinlich noch besser aussehen würde, aber er besteht darauf, dass er sich keinem solchen Eingriff unterzogen hat. Trotz der unnachgiebigen Weigerung der Ärzte, weitere Operationen vorzunehmen, bleibt Pixie Fox eine Frau, die sich einer erstaunlichen Anzahl von Umwandlungsverfahren unterzogen hat, unbeirrt in ihrem Bestreben, eine lebendige Zeichentrickfigur zu werden. Ihre Reise hat sie zu extremen Ergebnissen geführt und die Ärzte, die bei ihrer bemerkenswerten Metamorphose eine entscheidende Rolle gespielt haben, haben erklärt, dass sie nicht länger Teil ihres unkonventionellen Strebens sein werden. Die 33-jährige Pixie Fox aus North Carolina hat sich zu einer prominenten Persönlichkeit im Bereich der extremen Schönheitsoperationen entwickelt. Ihre außergewöhnlichen Verwandlungen brachten ihr sogar einen Auftritt in der Fernsehsendung botcht ein, wo die Chirurgen Terry DeBrown und Paul Nassif beschlossen, dass es genug war. Zu Pixie Fox erstaunlicher Liste von Eingriffen gehört auch die absichtliche Zertrümmerung ihres Kiefers, um ein kleineres Gesichtsprofil zu erhalten. Ohrenoperationen, um ein elfenhaftes Aussehen zu erreichen, die Entfernung von sechs Rippen, vier Brustvergrößerungen, zahlreiche Lippeninjektionen und Fettinjektionen unter den Augen. Außerdem unterzog sie sich zwei Fettabsaugungen, Augenbrauen und Gesichtstraffungen sowie verschiedenen anderen Eingriffen. Sie hat sich sogar für eine Augenoperation entschieden, um die Farbe ihrer Augen zu verändern. Eine coole, tolle Augenfarbe, die wirklich ins Auge sticht. Die Augen sind das erste, was man sieht, wenn man eine Person anschaut. In ihrem unermüdlichen Bestreben, einer lebenden Zeichentrickfigur zu ähneln, hat sich Pixie Fox über 20 kosmetisch-chirurgischen Behandlungen unterzogen. Und diese entschlossene Verwandlung führte dazu, dass ihr weitere Operationen von Dr. Nassif und Dr. Brown verweigert wurden. Trotzdem bleibt sie in ihrer Vision von ihrem Leben unnachgiebig. Zusätzlich zu ihren bisherigen Eingriffen hat sie den Wunsch nach einer öffentlichen Wimperntransplantation und einer Behandlung geäußert, die darauf abzielt, ihren Genitalbereich in ein einzigartiges und unkonventionelles Konzept zu verwandeln, das sie als Babyblume bezeichnet. Ihr Weg ist zweifellos außergewöhnlich und zeigt, welche unkonventionellen Grenzen manche Menschen bereit sind zu gehen, um ihr gewünschtes Aussehen zu erreichen. Wahrscheinlich hatten sie eine wirklich lange Diskussion, bis der Arzt der Operation zustimmte. Vielen Dank, dass Sie uns bei diesem Beitrag begleitet haben. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Aber bevor Sie gehen, vergessen Sie nicht unseren YouTube-Kanal zu liken, zu teilen und zu abonnieren, um weitere interessante Videos zu sehen. Wenn Ihnen dieser Inhalt gefällt, klicken Sie auf das nächste vorgeschlagene Video, das am unteren Rand des Bildschirms nach dem Ende des Videos erscheint.